herzlich willkommen leute zum neuen video wir haben hier batterien von 7 euro bis circa 13 euro eine kleine wunderbare batterie serie möchte ich euch heute präsentieren einmal die gao gundam die funke gold strobe dann die funke gold blue funke color cracker und zum schluss dann die kleine skala s 25 b fang an mit dieser gundam batterie von gao so weiter geht es mit der funke gold strobe so nächste batterie ist die funke gold blue so so jetzt geht es weiter mit der color cracker jetzt haben wir schon die letzte in dieser kleinen batterie serie das ist die funke skala s 25 b ja auch wirklich sehr sehr schick also ich hoffe euch hat diese kleine video serie gefallen mit mal wirklich total verschiedenen batterien vor allem mit verschiedenen effekten und ja bis zum nächsten video